Hallo. Hallihallo. Herzlich willkommen in Robins Kiosk. Herzlich willkommen in Robins Kiosk. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Jetzt sag mal, warte Chris, komm. 15. 15? Nee, das ist zu viel. 5 Euro. 5. Nee. Ja gut, das ist auch noch zu viel, aber... Nee, alles schwarz hier. Alles schwarz hier. Alles schwarz. Ciao. Tschüss. Nee, komm, 10 Euro und passt das? Nein. Doch, doch. Ich mach hier die Preise hier. Kassierst du weiter? Eine Fanta? Eine Fanta? Ja. Schöne Frauen zahlen hier gar nix. Schöne Frauen zahlen hier gar nix. Haben die geschenkt. Du bist eingeladen. Dankeschön. Mike, kommst du? Hier will einer den Chef sprechen. Ruf mal. Hier will einer den Chef sprechen. Da, der hat er her. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Danke. Danke, danke. Vielen Dank.